Ich erzähl dir ne Geschichte, ich erzähl dir eine Fabel Unsere Wirtschaft und der Kanzler, die sind beide miserabel Und die Baerbock hatte kein Bock in der Schule was zu lernen Das kann man riechen, kann man hören, kann man sehen aus der Ferne Und sie haben keine Ahnung, was in der Welt abgeht Sie haben keine Ahnung, was die Menschen so bewegt Sie haben keine Ahnung, jo, sie haben keine Ahnung Denn sie beschäftigen sich nur mit ihrer eigenen Lebensplanung